Hallo, mein Name ist Desirée. Herzlich willkommen zu Flöte einfach zauberhaft. In dieser neuen Reihe möchte ich euch die Magical Spells vorstellen. Zehn Stücke von Alexei Ygudisman, der nicht nur Komponist ist, sondern auch als Geiger auf der ganzen Welt Konzerte gibt. Alle Stücke haben etwas mit Zaubern oder mit Magie zu tun. Ich möchte euch jeweils ein paar Hinweise darauf geben, wie diese Zaubersprüche in Musik umgesetzt werden. Heute beginnen wir mit Abracadabra, einem uralten Zauberspruch. Er ist auf der ganzen Welt verbreitet und könnte aus dem Aramäischen stammen. Dort gibt es den bösen Fluch Avada Kedavra, der übrigens auch bei Harry Potter verhindert wird. Er bedeutet so viel wie möge dieses Ding zerstört werden. Alexei Ygudisman orientiert sich in seinem Stück aber an einer deutlich positiveren Sichtweise, die da lautet, ich erschaffe, während ich spreche. Es beginnt mit vier geheimnisvollen langen Noten, die wie eine Beschwörung wirken. Danach hört man in den darauf folgenden kurzen Noten förmlich, wie der Magier mit dem Zauberstab klopft. Mit dem übermäßigen Tonschritt B-Cis ergibt sich ein orientalischer Klang. Dieser Ablauf wird mehrmals drängend wiederholt und steigert sich auch in der Lautstärke, bis zum Schluss der Zauberstab den Geist aufgibt. Und jetzt Abrakadabra! 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 Musik Das war Folge 1 der Magical Spells und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. Bis hoffentlich bald auf diesem Kanal. Macht's gut. Tschüss.